Der Klang Wetter vor acht Motoren verursacht dir eine Gänsehaut? Du träumst schon lange davon, deinen Golf ordentlich aufzutunen? Oder bist du gar ein angehender Kfz-Mechaniker, der jeden Tag mit Motoren aller Art hantiert? Dann steht euch mit Automation The Car Company Tycoon Game ein saftiger Lecker-Business-Haus. Eines vorweg, zum Zeitpunkt dieses Videos handelt es sich noch um eine Early Access Version auf Steam, die erst seit kurzem zum Verkauf steht. Fehlende Tooltips sowie kleinere und größere Bugs sind also zu entschuldigen. Außerdem stehen an den Spielmodi bisher nur Szenarien sowie der Sandkasten zur Verfügung. Der Tycoon Aspekt wird erst später hinzugefügt und hoffentlich dann für Langzeitmotivation sorgen. Solltet ihr, wie auch ich selbst, keine große Ahnung von Motoren, Getrieben und allem was dazugehört haben, ist das völlig egal. Sehr gute, aktuell nur englische, Tutorials erklären jeden Aspekt mit einem eigenen Video. So ist sichergestellt, dass auch absolute Anführer gut in das Spiel hineinfinden. Und das, so viel von weg, ist auch durchaus gelungen. Wenn ihr euer eigenes Auto erstellen wollt, müsst ihr eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Erstmal definiert ihr das Aussehen und den Aufbau der Karosserie, sowie den Antrieb. Und dann kommt natürlich auch noch die Federung dran. Dabei sind eurer Fantasie dank der Möglichkeit, Scheinwerfer, Lufteinlässe, Spoiler und so weiter selbst anbringen zu können, kaum Grenzen gesetzt. Ein niedlicher Käfer? Okay. Ein flauter Sportwagen? Kein Problem. Ein dicker SUV? Sicher. Dann folgt die Entscheidung des Motors. Erstmal entscheidet ihr natürlich über die Bauform. Aktuell gibt es 4- und 6-Zylinder, sowie V8 und V8 Flatplane und deren Größe. Dann kommen Feinheiten wie die Auswahl und Anzahl der Ventile, Materialien, die Nockenwellen, Kompression, die Art des Kraftstoffes, auch nicht ganz unwichtig. Ob es ein Saugmotor oder ein Turbolader sein soll, die Art der Luftzufuhr und natürlich sollte man auch die Auspuffanlage nicht vergessen. Daraufhin könnt ihr euer Gebilde erstmal ausgiebig testen und feintunen, bevor ihr euch den letzten Aspekten widmet. Dazu gehören die Gangschaltung, Reifen, Bremsen, Aerodynamik, Kühlung, Art und Anzahl der Sitze, die Federung, sowie die Bordelektronik und die verbaute Sicherheit. Seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden, dürft ihr euer Gefährt über den virtuellen Testtrack jagen. Leider ist das aktuell nur in dieser Animations-Armen-2D-Ansicht möglich und ob es hier überhaupt noch 3D gibt, ist unfraglich. Aktuell liegen mir dazu leider keine Infos vor. Was jedoch bereits bestätigt wurde, ist, dass es nicht geplant ist, die Autos selbst fahren zu können. Und das war es zu dieser Stunde mit Automation. Meiner Meinung nach ein grandioses Spiel mit erstaunlichem Lerneffekt, vorausgesetzt natürlich, man hat ein gewisses Interesse an Fahrzeugen. Ich kann selbst zum Beispiel leider nicht bestimmen, ob alles wirklich 100% akkurat ist und für echte Mechaniker bzw. Techniker geeignet ist, aber ich traue es dem Entwicklerteam durchaus zu. Als krönenden Abschluss lasse ich euch ein wenig meiner bisher besten Schöpfung lauschen. Einem Hypersportwagen mit 6-Zylinder-Motor, 5,6 Liter Hubraum, knapp 920 PS bei 1340 Kilogramm und 1200 Newtonmetern Drehmoment. Und der Sound dieser Motoren ist wirklich sehr, sehr gut. Und der Sound dieser Motoren ist wirklich sehr, sehr gut. Das istุync!